So, dann wende ich mich um von der Dialyse wieder zurück. Und dann... Also erstmal... Kaffee, ne? Schönen Kaffee im Wasser trinken. Hat auch was. Schon eine tolle Sache, im Wasser zu leben. Macht schon Spaß. Das hat irgendwie was. Jo. Schauen wir mal. Das hört gar nicht an. Waserdampfen, ne? Das ist schon... Na ja. Blöde Sache. Leben im Wasser. So. So lange, bis das kalt ist. Bis der wieder abgekühlt ist. Bis der wieder abgekühlt ist. Bis der wieder trinken kann. So lange warten da. Aber kalt kochen geht ja schlecht. Ein bisschen pusten, ne? Das ist noch heiß. Also... Das war's wohl nicht. Nur ein bisschen pusten. Ja. Na gut. Schauen wir wie das Video ankommt. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020